Heute, meine Freunde, geht es um alte Freundschaften, die mittlerweile nicht mehr so ganz gut funktionieren. Liegt natürlich dann in diesem Moment eher an einem Missverständnis, denn heute haben wir in Yu-Gi-Oh! 5Ds den Sieg der Freundschaft. Und in diesem Fall geht es um Yusei und Callan Kessler. Denn Callan Kessler, ich glaube, ich habe es ja schon mal erwähnt in einer vorherigen Episode, wo er auch schon mal aufgetaucht ist, gehörte zur damaligen Zeit ja zu einer Gang. Ich glaube, die Gang um Yusei, Jack, Crow und Callan, ich meine, das waren die, die im Endeffekt die krassesten Duellanten waren in Satellite und ihre Reviere hatten und was weiß ich nicht alles. Bis es dann irgendwann, glaube ich, dazu kam, dass die Sektorensicherheit irgendwie die 3, äh, die 4 eingekreist hat beziehungsweise die ziemlich in der Scheiße steckten und Callan, glaube ich, an einer Klippe hing oder sowas, am Rand des Hauses oder so ein Bums und da drauf und dran da irgendwie runterzufallen. Und Yusei hat ihn festgehalten. Ich glaube, dann war irgendwie nach dem Motto, ne, lass mich ruhig gehen oder sowas, rette dich selbst, blablabla. Und, äh, ja, irgendwie hat der Callan das dann falsch aufgenommen, beziehungsweise, ich denke mal, die Finsternis hat es so ein kleines bisschen falsch aufgenommen, weil der Callan wurde dann ja dementsprechend festgenommen und, äh, ich glaube, festgenommen oder gestorben? Ich glaube, festgenommen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist so eine von diesen Geschichten, von diesen Backstories, die ich tatsächlich nicht mehr ganz so auf dem Schirm habe. Ich weiß nur, dass die alle in einer Gang waren und es dann irgendwas passierte, wodurch Callan dann letzten Endes die Gang verlassen musste, weil er dann entweder gefangen wurde oder gestorben ist, keine Ahnung. Ähm, beides ist durchaus, ähm, möglich. In Yu-Gi-Oh! ist alles möglich. Und, äh, jetzt ist der Callan wieder da und möchte sich rächen. Die beiden hatten ja schon ein, hatten ja schon ein erstes Duell, wo auch Callan, glaube ich, schon sein Earthbound Immortal beschworen hatte. Und, ja, da ist natürlich der gute Yusei dann von seinem D-Wheel runtergefallen. Er hat einen Unfall gebaut. Dadurch ist das Duell abgebrochen worden. Und der gute Yusei ist nochmal davongekommen. Ähm, Callan möchte da natürlich jetzt das Rematch haben. Und Callan Kessler ist nicht nur einer der interessantesten Charaktere in dieser Serie, sondern auch einer der spannendsten Duellanten, weil er nämlich ein richtig cooles Deck hat. Und zwar Infernity. Jesus, Infernity ist wirklich unfassbar geil. Das war nicht nur zu der damaligen Zeit, wo es rauskam, extrem stark und in der Meta gefühlt überall irgendwie zu sehen. Es ist auch optisch eine geile Sache. Und im Anime? Awesome. Die Infernity-Karten spielen ja alle mit dem Effekt, dass solange man keine Karten in der Hand hat, dann kommen die wirklichen Effekte raus. Und das ist natürlich dann eben so das, was man in diesem Deck hier braucht. Man braucht quasi keine Hand, damit man wirklich ordentlich was machen kann. Gut, gucken wir doch einfach mal. Was haben wir denn hier? Karte der Opferung. Ziehe zwei Karten. Falls die Summe der ATK aller deiner Monster in offener Angriffsposition mindestens zwei kleiner ist, als die ATK des offenen Monsters deines Gegners mit den niedrigsten ATK. Du kannst in dem... Äh, was? Also, das darf ich... Ich darf nur zwei Karten ziehen, falls die Summe der ATK aller meiner Monster in offener Angriffsposition kleiner ist, als die ATK des offenen Monsters meines Gegners. Okay. In dem Spielzug kann ich, dem ich diese Karte aktiviert habe, keine Monster beschwören und Kampfposition ändern. Okay. Das wäre natürlich eine Idee. Ich könnte das dann mit der Geisterwache kombinieren. Und gucken, dass ich damit unter Umständen Karten ziehen kann. Machen wir doch einfach mal. Dann... Na, will ich den Max-Krieger holen? Will ich erst ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, ich mache einfach mal den hier und dann den Sternstaub. Äh, Chiaolong. Chiaolong. Ching-Tong-Tong. Chiaolong. Keine Ahnung. Und dann sollte ich, glaube ich, im nächsten Spielzug Karten ziehen können. Oh. Ja. Auf jetzt auf jeden Fall. Was? Verbündete Intelligenz? Kallen. Why? Come on, please. Ich möchte 100%iges Infernity sehen. Mehr nicht. Das kannst du doch nicht einfach machen. Das geht doch nicht. Na, egal. Wir gucken einfach mal, was wir hier haben. Wir aktivieren Stimmen und haben natürlich unseren Gerümpel-Synchronisierer. Ist doch klar. Dann würde ich doch sagen, ich habe bestimmt eine Stufe Siebener, oder? Ach du Scheiße, ja. Wir haben die majestätischen Sterndrachen auch noch hier drin. Okay. Eine Stufe... Wir haben natürlich keinen Stufe Siebener. Aber eine Stufe Achter. Das bringt mir allerdings nichts. Ähm... Und Stufe 9 bringt mir auch nichts. Ich meine... Ach komm, scheiß drauf. Ich mache jetzt einfach den hier. Äh... Wie war das noch? Äh... Will ich den Effekt aktivieren? Ich kann den Effekt doch gar nicht aktivieren. Ach! Ich habe den majestätischen Drachen gemild. Uh! Das ist natürlich Schnieke. Das ist natürlich jetzt aber doof. Weil ich jetzt nämlich... Äh... Scheiße. Hahaha! Ich kann jetzt die Karte nicht aktivieren. Ach, warte mal. In offener Angriffsposition. Ähm... Da muss ich natürlich jetzt die Geisterwache in offene Angriffsposition setzen. Was? Kann ich nicht? Okay. Wieso kann ich die Karte nicht aktivieren? Ach so. Weil ich in diesem Spielzug schon beschworen habe und Kampfpositionen geändert habe. Äh... Ey, das ist räudig. Das ist echt räudig. Bist du aber scheiß drauf. Machen wir es einfach mal so. Dann kassiere ich jetzt ein bisschen Damage. Ich möchte die Karten haben. Gönnung! Oh! Glaub, damit können wir was machen. Infernity! Yay! Oh Gott. Synchro. Jetzt kommt, glaube ich, der 100-äugig-Drache. Scheiße! Haha! Aber dafür habe ich ja Snatch-Steel. Wunderbar! Äh... Was? Nein! Eigentlich würde... Das ist ja doof. Okay. Zum Glück. Ähm... Dann gucken wir doch mal. Ich aktiviere mal Snatch-Steel. Randa anvereinander. Dann habe ich nämlich hier den Sternstaub-Drachen. Und hier habe ich den majestätischen Sternstaub-Drachen. Da brauche ich einen Sternstaub-Drachen. Plus... Majestätischen Drachen. Plus einen Nicht-Empfänger-Monster. Weil der ist nämlich Stufe 10. Das heißt, ich brauche noch ein Monster der Stufe 1. Nachdem ich schon mit ihm hier etwas gemacht habe. Ach Gott, das ist... Ich möchte den natürlich holen. Das ist schon mal ganz klar. Ich möchte den majestätischen Sternstaub-Drachen holen. Und das werde ich auch versuchen. Ich habe alles Mögliche, was ich brauche. Das ist, glaube ich, kein großes Problem. Guck mal. Wenn du Sternstaub-Drache als Synchro-Beschwörung beschwörst, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof in die offene Angriffsposition beschwören. Das ist, glaube ich, gar nicht mal ganz so falsch. Dann kann ich ihn nämlich direkt beschwören. Ähm, ich könnte jetzt gucken, dass... Ich könnte ihn specialen. Falls ich einen Empfänger-Monster kontrolliere, kann ich diese Karte als Spezialbeschwörung von meiner Hand beschwören. Okay. Und ich könnte ihn hier holen. Das heißt, ich könnte jetzt einen Sternstaub-Drachen machen. In der nächsten Runde könnte ich ihn hier beschwören. Und könnte dann majestätischen machen. Und dann könnte ich Kallen erledigen. Okay. Dann aktiviere ich erstmal die referatischen Schwerter. Beschwöre dann Max-Krieger. Und Spezialbeschwöre dann ihn hier. Dann habe ich insgesamt Stufe 8. Und mit Stufe 8 komme ich zumindest schon mal auf mein wunderschönes Bus-Monster. Sternstaub-Drache. So nämlich, Ulf. Oh ja. Zeig's mir. Zeig mir die Animation. Oh ja. Oh Gott. Ja. Ist das nicht schön. Ja. Ähm. Dann habe ich hier noch den 100-äugigen Drachen. Der hat nämlich auch einen schönen Effekt. Einmal pro Spielzu kann ich ein finsternes Effekt-Monster der Stufe 6 oder niedriger in meinem Friedhof verbannen. Bis zur Endphase wird der Name dieser Karte derselbe wie der des verbannten Monsters. Und ich ersetze den Effekt durch die Grundeffekte des verbannten Monsters. Falls diese Karte zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, füge ich meine Hand einen erdgebundenen und sterblichen von meinem Decken zu. Habe ich natürlich nicht. Und würde den Surge auch nicht bekommen, sondern Kallen wird den bekommen. Aber, äh, das mit dem finsternes Monster, das ist natürlich eine Sache, die könnte ich durchaus irgendwie machen. Aber, äh, ich habe keine finsternes Monster, die sich in irgendeiner Weise lohnen. Ne? Deswegen, einfach mal Angriff. Los, zerstör deinen Meister hier. Jo. Und, da, auch noch. Rein, doch. Wunderschön. Und im nächsten Zug habe ich dann meinen wunderbaren, majestätischen. Ja, gönn dir einfach mal. Och Gott, Kallen, du wirst leider so hart verkacken, glaub mir. One for one. Ah, okay. Ich glaube, ich bin mal ja was so. Sülchen. Da haben wir doch den majestätischen Sternstaubdrachen. Ich nehme ihn. Ich nehme ihn und ich nehme ihn. Und synchronisiere sie alle zu den majestätischen Sterndrachen. Zack. 3.800 ATK. Während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, wenn dein Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, du kannst diese Karte als Tribut anbieten, annulliere die Aktivierung. Und falls du dies tust, zerstöre alle Karten, die dein Gegner kontrolliert. Einmal pro Spielzug. Du kannst ein offenes Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Annulliere bis zum Ende dieses Spielzug seine Effekte. Und du kannst einmal in diesem Spielzug einen seiner Effekte als Effekt dieser Karte aktivieren. Während der Endphase wähle einen Sternstaubdrachen in deinem Friedhof. Lege diese Karte vom Spielfeld ins Extra-Deck zurück. Dann beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung. Ist natürlich auch nicht schlecht. So, dann würde ich sagen, der 100-Eugige greift mal das verdeckte Monster an. Infernity Beetle. Okay. Und ich würde sagen, mit dem Majestätischen beenden wir einfach mal dieses unglaublich spannende Duell. Also spannend war es jetzt nicht. Ne? Die DM-Staples haben geholfen. Ganz klar. Und rein da in die Olga. Das war's. Ist das nicht schön? Ja. Er hat Jahre damit verbracht, mich zu hassen und seine Rache zu planen. Und die Wut hat ihn verschlungen. Deswegen ist er auch bereitwillig, der Finsternis... Er hat sich bereitwillig der Finsternis hingegeben. So. Meine Güte. Ganz schön schwierig. Und jetzt ist der gute Callan endlich wieder frei. Der Hass ist verflogen. Und dieses Duell hat einfach dazu geholfen, dass Callan die Wahrheit sehen konnte. So. Hier haben wir dann die Signaturkarte. Den erdgebundenen und sterblichen... Ähm... Tzakapa... Kapak... Kapak... Apu? Die Namen der Erdgebundenen und Sterblichen sind alle sehr, sehr strange. Also, ähm... Kein... Ihr könnt's gerne versuchen auszusprechen. Ich... Ich krieg's nicht hin. Dann gehen wir doch noch einmal hier hin. Wir haben nämlich noch nach wie vor... Oh! You Say! Das wär natürlich auch cool. Aber ich würde sagen, wir gehen erst noch einmal... Ach komm, nein. You Say! Wir öffnen jetzt heute mal deine Packs. Fünf Stück. Und sofort kriegen wir so eine insane Karte. Leider gebannt. Weil... Es ist im Endeffekt eine Free Special Summon und... Und... Äh... Kann sich dem Level des jeweiligen halt anpassen, dass man sofort eine Synchrobeschwörung machen kann. Insane Karte. Gut, dass sie gebannt ist. Man muss zwar die Hälfte der Lebenspunkte bezahlen, aber das ist... Ne? Lebenspunkte sind im heutigen Spiel eigentlich irrelevant. Destrudo. Nice! Okay. Schon mal ein sehr, sehr starker Anfang. Das war jetzt leider nicht mehr sehr, sehr stark. Das ist eher sehr, sehr schwach. Muss ich da einfach mal erwähnen. Miese Brise. You Say! Enttäusch mich nicht! Okay, Akiza. Was hast du noch so für Packs? Zeig mal her. Oh! Ja, okay, okay, okay. Das ist auch nicht so unfassbar geil. Na komm. Ihr müsst doch noch irgendwas Gutes dabei sein, oder? Aha! Ah! Cherubime. Der Gegner kann keine offenen Pflanzenmonster als Angriffsziele wählen, außer diesem. Falls diese Karte, die dir gehört, durch eine Karte deines Gegners auf den Friedhof gelegt wird, du kannst einen Pflanzenmonster als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Das ist natürlich schön. Floatet sofort und das in einen Pflanzenmonster ohne Restriction. Das ist nice. Ach Gott. Ja, na komm. Es ist halt... Mal hat man Glück und mal hat man Pech. Ich meine, You Say! Hat mit seinem ersten Pack wirklich ordentlich reingehauen, aber sowas von. Und danach ging es leider bergab. Aber Akiza ist, glaube ich, eine von denen, die enttäuscht einfach so gut wie nie. Deswegen mag ich die Packs auch so. Ach Gott. Ja. Dann würde ich einfach mal sagen, beende ich doch einfach mal die Episode hier. Und beim nächsten Mal haben wir dann... Was haben wir denn beim nächsten Mal? Ich habe echt gesagt, keine Ahnung. Ich glaube, das ist der Spinnendarksiner, der sehr viele Spinnenkarten benutzt. War tatsächlich sehr, sehr cool. Ich wollte immer mal dieses Spinnendeck basteln, aber es ist halt leider scheiße. Und dann haben wir tatsächlich gar nicht mehr so viel. Weil das hier ist dann nämlich schon der Endboss vom ersten Arc. Und dann fängt nämlich der nächste Arc an. Also viel haben wir nicht mehr vor uns, Leute. Viel haben wir nicht mehr vor uns. Aber ich freue mich. Ich freue mich sowas von, dass wir die Darksigner hier haben. Dass wir diese wunderbaren Duelle machen können. Und dass wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, Leute. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020